Kapitel 51 Sicher in seinen Tarnumhang eingehüllt, hielt Harry Severus' Arm fest, und weg waren sie. Als sie ankamen, konnte er das Erschauern, welches durch seinen Körper jagte, nicht ganz unterdrücken, und der Geschmack des schmerzstillenden Trankes lag immer noch in seinem Mund. Der scharfe Schmerz in seiner Stirn versicherte ihm, dass Voldemort in der Nähe sein musste, sowie die durchdringende Kälte ihm eindeutig bestätigte, dass auch Dementoren in der Nähe waren, auch wenn er sie nicht sehen konnte. Er drehte sich zur Quelle des Schmerzes und erblickte viele Todesser, die bereits ihre Plätze vor Voldemort einnahmen. Severus glitt umgehend von Harry weg, um mit Voldemort zu sprechen und keinen Argwohn zu wecken, bis es Zeit wäre. Um die erwarteten Neulinge zu holen, würde Voldemort ihm einen Portschlüssel geben. Damit hatte er die Möglichkeit, nach Hogwarts zurückzugehen und mit einer Gruppe Auroren, die mit Hilfe des Vielsafttrankes aussahen wie die Slytherins, zurückzukehren. Lucius war auf dem Boden und wandelte sich unter dem Umhang zurück, bevor Harry seine Aktion überhaupt bemerkt hatte. »Dorthin«, drängte Lucius und zeigte auf eine Baumgruppe. »Warst du schon mal hier?«, flüsterte Harry und bewegte sich bereits in die Richtung, in die Lucius gezeigt hatte. »Ja, wir sind auf dem Grund der Malfoys.« Harry wollte auf gar keinen Fall darüber nachdenken, auch wenn er die Zeit dazu gehabt hätte. Sie hatten vorab keine Vorkenntnisse darüber gehabt, wo Voldemort die Einweihungszeremonie durchführen wollte, und im Grunde hatten sie gehofft, dass Lucius die Lokalitäten kennen würde. Sie sollten schnell handeln, doch Harry musste schwer gegen den Schauer ankämpfen. Er verfluchte Voldemorts Entscheidung, bei der Einweihung die Dementoren als Teil seiner Kräfte vorzustellen. Nach seinen Verlusten der vergangenen Woche war es nachvollziehbar, dass er sie schließlich einsetzen würde, doch es ärgerte Harry trotzdem. Es bekräftigte die Tatsache, dass Harry ihn jetzt konfrontieren musste, bevor die Lage schlimmer werden würde. Voldemort wurde waghalsiger, ging bei jeder Konfrontation weiter, und der Einsatz der Dementoren unterstrich nur die Gewissheit, dass er Stärke dazugewann, trotz seiner Verluste. Sie erreichten die Baumstämme, die Lucius ausgewählt hatte. Sie mussten leise sein, doch sie waren weit genug entfernt und außer Sicht. Harry vergrößerte eilig das Verschwindekabinett, und beinahe umgehend trat Draco hindurch, dicht gefolgt von Narcissa. Harry sah, dass Dracos Mund überrascht das Wort daheim formte. Eindeutig, die Malfoys kannten ihren Grund und Boden, Harry hatte vom Männer selbst nichts gesehen. Harry schüttelte seinen Kopf, um ihn zu klären. Es war nicht wirklich wichtig, wo sie sich befanden, solange jeder zu ihnen gelangen könnte. Als nächstes kamen Fred und Ginny durch das Kabinett, gefolgt von Blaze und George. Mit sparsamen Wispern und Handzeichen deutete ihn Lucius, wo sie sich seitlich von Voldemorts Versammlung positionieren sollten. Sie würden je zu zweit unter Moody's Tarnumhäng sein, nicht so gut geschützt wie Harry's, aber Fred und George hatten so gut es ging daran gearbeitet, und zumindest kaschierten sie derzeit zusätzlich auch Gerüche und Geräusche. Die zwei Paare waren mit Produkten der Zwillinge bestückt, mit dem Ziel, so viel Unruhe zu stiften, gegen das sich die Todesser nicht wehren könnten. Ginny und Blaze würden ihnen assistieren, aber mehr als das, sie würden Fred und George zusätzliche Augen sein. Harry hatte erfahren, wie wichtig das sein kann. Ron, Hermine und Neville kamen hindurch und sahen entschlossen aus. Hermine zauberte den Desillusionierungszauber über sie, als Ron Harrys anderen Umhang über sie dreizog. Harry kam es merkwürdig vor, dass anstelle seiner Neville mit den anderen beiden unter den Tarnumang gedrängt stand. Sie würden sich nicht lange verstecken, sie würden die Rückendeckung für Harry und die Malfoys sein und brauchten den Umhang hauptsächlich dafür, um sich unentdeckt hinter Voldemort aufstellen zu können. Harry wünschte sich verzweifelt, dass sie ihre Patroni jetzt anwenden könnten. Es interessierte ihn nicht, wie gut Severus Trank auch war, er fühlte nur die kalten Schlieren in seinen Knochen und die depressiven Gedanken, die von jeglicher Ermutigung weit entfernt waren. Er trat von einem Fuß auf dem anderen, ängstlich, dass sie zuschlagen würden. »Beruhige dich«, murmelte Draco gegen Harrys Mund und küsste ihn schnell. »Du machst mich noch nervöser.« Harrys Augen suchten Draco ab, und er fand, dass er seine Nervosität sehr gut versteckte. Er war offensichtlich angespannt, aber die emotionslose Maske, die Draco auf der Welt entgegensetzte, saß bombenfest an ihrem Platz. Der verdammte Kerl war für den Kampf zu gut gekleidet, doch wenn schöne Kleidung ihm half, sich selbstsicher zu fühlen, würde Harry auch nichts deswegen sagen. Ihre Rollen hatten sich wieder vertauscht, da Harry derjenige war, der langsam seine Zuversicht verlor und seine Furchtlosigkeit durch die Anwesenheit der Dementoren langsam abnahm. Vielleicht hätte er sich mehr um seine Garderobe kümmern sollen. Er verdrehte seine Augen als Antwort zu seinen eigenen Gedanken. »Merlin, sie mussten hier bald anfangen, bevor er seinen verfluchten Verstand verlor.« »Konzentration, Harry«, sagte er streng zu sich selbst. Die Stimme in seinem Kopf hörte sich wie die von Severus an. Er fühlte sich ausgeliefert, erwartete schon halb, dass sie jeden Moment entdeckt werden würden. Sie waren ziemlich weit von Voldemort und seinen Anhängern entfernt, doch er konnte die Apparationsgeräusche hören, manche näher als manch andere. Narcissa berührte seinen Arm und zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Sie hatte eine Hand auf Hermines getarnte Schulter gelegt und konnte so physisch mit dem unsichtbaren Trio in Kontakt bleiben. Remus und Shagabold waren herausgetreten und hatten sich mit Lucius eilig moment ausgetauscht, bevor sie sich desillusionierten und sich unter Umhängen versteckten. Sie waren beinahe soweit. Draco legte über sich selbst einen Desillusionierungszauber, bevor er sich unter den Umhang eng an Harry presste. Dracos Hauptaufgabe war, Harry zu helfen und zu beschützen. Er würde nicht kämpfen, noch sich selbst offenbaren. Der Umhang selbst würde von ihm als Schild eingesetzt werden, um Harry so gut es ging zu beschützen. Narcissa und Lucius wären Harrys sichtbarer Schutz. Keiner von ihnen oder Harry würde unter dem Desillusionierungszauber sein. Harry half Narcissa unter den Umhang, während sie das Trio weiterhin festhielt. Narcissa würde sich an ihnen festhalten und sie dorthin führen, wo sie ihre Position beziehen müssten. Lucius kam wieder und transformierte sich zurück in ein Frettchen. Harry schloss die Falten des Umhangs, nachdem Lucius auf seine Schulter geklettert war und sich dorthin setzte. Remus und Kingsley verließen das Verschwindekabinett. Sie würden die Ordensmitglieder und die Schüler leiten, sie hineinbringen, um zu kämpfen und sie an den strategisch effektiven Posten aufzustellen. Harry drehte sich zurück zur Lichtung und beobachtete das Areal. Es war nicht hilfreich, dass seine Narbe schrecklich brannte und sein Kopf zu pochen begann. Fackeln erhellten die große Lichtung, aber ihm gefiel nicht, was er sah. Schwaden weißen Nebels waberte durch die Umgebung, ein weiteres Anzeichen der Anwesenheit der Dementoren. Es gab ein Meer von schwarzen Roben und es erschien ständig immer mehr. Er schluckte schwer. Er hatte gedacht, dass sie Fortschritte gemacht hätten, die Anzahl der Todesser zu dezimieren. Draco zupfte an seinem Arm und zog ihn um die Lichtung herum, während Harry seinen Kopf schüttelte, in dem Versuch, den Schock abzuwehren, dass so viele Todesser anwesend waren. Er durfte sich nicht darum kümmern, nicht direkt. Er musste sich nur um Nagini und Voldemort kümmern. Das war genug, um alles zu beenden. Nagini war am Ende der Lichtung hinter ihrem Meister zusammengerollt, so wie sie es erwartet hatten. Wieder ein Vorteil, wenn man Informationen aus erster Hand von Abtrünningen hatte. Lucius hatte Harry einen wissenden, ja schon beinahe mitleidigen Blick zugeworfen, als er erwähnte, dass Voldemort sie immer in seiner Nähe behielt, während er Rituale durchführte. Severus hatte nur bestätigt, dass sich diese Gewohnheit innerhalb des letzten Jahres nicht verändert hatte. Das ungewohnte Gewicht von Gryffindors Schwert hing schwer an Harrys Hüfte, als sie sich hinter Voldemort schlichen. Leider brachte sie das auch näher an die Dementoren. Harry war nicht in seinen schlimmsten Erinnerungen gefangen wie sonst, wenn er in der Nähe von Dementoren war, aber die zufälligen Gedankenblitze drohten ihn zu überwältigen. Friedhof, tot, Astronomie-Turm, tot, Ministeriumsabteilung, tot, Godric's Hollow, tot. Potter, wisperte Draco scharf. Harry schoss einen Seitenblick auf Draco, seine Atmung ging stoßweise. Er hatte vergessen, dass er Draco nicht sehen, aber immer noch spüren konnte. Draco drückte fest seine Hand. Harry schloss kurz seine Augen und holte tief Luft, um sein unwirklich schnell schlagendes Herz zu beruhigen. Er öffnete seine Augen, nickte und straffte seine Schultern. Er konnte Draco nicht sehen, aber Narcissa nickte ihm im Gegenzug kurz zu und sie bewegten sich weiter vorwärts. Es hatte nicht so lange gedauert, wie es sich anfühlte, und schließlich kamen sie alle auf der Rückseite der Lichtung an. Harry, Draco und Narcissa standen so, dass sie Voldemorts Anhänger entgegenblickten. Voldemorts Rücken war ihnen zugewandt, und Harry wollte nichts sehnlicher, als den Todesfluch auf ihn zu hetzen und die Sache zu beenden. Aber Nagini musste zuerst getötet werden, sonst würde alles sinnlos sein. Narcissa deutete an, dass Hermine, Ron und Neville weiter zurückgegangen sind. Harry drehte sich leicht, um hinter sich zu blicken. Es gab genug Bäume, wo seine Freunde sich verstecken konnten, aber er war besorgt, da er nicht genau wusste, wo die Dementoren waren. Voldemort wollte offensichtlich nicht, dass seine Anhänger von ihrer Anwesenheit überwältigt werden, jedenfalls nicht sofort. Doch Harry spürte, wie die Dementoren näher kamen. Er blickte zu Voldemort, der ruhig und autoritär vor ihnen stand, und zusah, wie seine Anhänger auf ihren Plätzen vor ihm knieten. Der kleine Kreis, den Harry am Ende des vierten Jahres gesehen hatte, existierte nicht mehr. Jetzt waren es sicherlich hunderte Todesser, und wahrscheinlich noch mehr. Sie alle zusammengedrängt in drei Halbkreisen. Severus war unter den ersten, die erschienen waren, und ermöglichte es damit, ihre Seite sich selbst zu positionieren. Es dauerte einige Minuten, bis alle Anhänger von Voldemort, dessen Ruf folgen konnten. Harry konnte einfach nur froh sein, dass er dieses Mal nicht an einem Grabstein gefesselt war und Voldemorts Reden zuhören musste, während er wartete. Draco erschauerte heftig. »Was ist?«, wisperte Harry. Es war nicht nötig, dass sie so leise unter den Umhang sprachen, aber es fühlte sich unnatürlich an, lauter zu sprechen. Harry spürte, dass Draco seinen Kopf schüttelte und ihm damit andeutete, dass es nichts Wichtiges war. »Nur Greyback«, murmelte er. Harry nickte verstehend und versuchte sein eigenes Erschauern zu unterdrücken. Er konnte den Werwolf leicht zwischen den anderen in der ersten Reihe ausmachen. Severus und Remus hatten ihm erklärt, dass Greyback ebenfalls weitere Werwölfe mitbringen würde. Gemeinschaftlich, auch im Orden, war man erleichtert, dass es auch noch zwei Wochen bis zum nächsten Vollmond war. Harry ergewöhnte, dass die Todesser, die bei Dumbledores Tod dabei gewesen waren, in der ersten Reihe zu finden waren, nur sicher konnte er sich nicht sein, wegen den weißen Masken. Er war sich sicher, dass Alecto und Amicus dort knieten. Sein Mund verzog sich verbittert. Sie sind im Ansehen gestiegen, weil sie bei Dumbledores Tod beteiligt gewesen waren. Für jeden Todesser, den sie ausgeschaltet hatten, hatte Voldemort fünf weitere an ihrer Stelle aufgetrieben. Die Anzahl seiner Anhänger ist seit seiner Wiederauferstehung drastisch gestiegen. Harry sah sie nervös an, während er wartete. Er zog das Schwert aus dem Gürtel und strich mit seinen Fingern über den Griff, um es locker zu halten und um ein Eindring der Kälte in seine Knochen entgegenzuwirken. Schließlich trat Severus nach vorne, kniete vor seinem Meister. Sein Inneres zog sich angewidert zusammen. Es ist das letzte Mal, dass er gezwungen ist, das zu tun, murmelte Narcissa verständnisvoll. Sie sahen zu, wie Voldemort ein Seil herbeizauberte und es in einen Portschlüssel verwandelte, bevor er es Severus übergab. Severus verbeugte sich, bevor er verschwand. Es ist gleich soweit, sagte Draco, und seine Stimme war nur gehaucht, zeigte aber auch die Ehrfurcht. Die ganze Situation bot ein surreales Bild. Harry wusste, wenn es erst einmal losgegangen war, würde sich alles schnell entwickeln. Es würde alles schnell vorbei sein, auf die ein oder andere Art. Und er musste alles vor Voldemorts Augen auf die Reihe bekommen. Severus würde innerhalb weniger Minuten zurück sein. Bereit, wisperte er. Tu es, wisperte Draco zurück. Harry blickte zwischen Voldemort und Nagini hin und her und zischte seine Befehle an seine Schlangen. Es ist Zeit, zischte er zu Cells und Lyssa. Lyssa konnte sich mit ihrer Fähigkeit, ihre äußere Färbung zu verändern, am besten an ihre Umgebung anpassen. Cells konnte nur den Ort wechseln und damit Verwirrung stiften. Harry schickte sie los und hoffte verzweifelt, dass ihr Plan funktionieren würde, ohne dass Voldemort so früh etwas bemerkte. Er war an solche Situationen nicht gewohnt. Alles war sorgfältig geplant und sehr geheimnisvoll. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er sich einfach so um Nagini gekümmert und dann weitergemacht. Er konnte seine eigenen Schlangen nicht mehr lange im Auge behalten, deswegen beobachtete er Nagini. Cells und Lyssa sollten Nagini zu Harry locken. Das würde zwar nicht im Sichtfeld Voldemort stattfinden, aber vor den Augen dessen Anhänger. Das Warten, bis sie endlich kommen würde, war für ihn schwierig. Er konnte das Zischen der Schlange nicht hören, also hoffte er, dass es auch Voldemort nicht hören würde. Er fand, dass sie zu nahe an Voldemort standen. Es waren gerade mal maximal 20 Meter, die sie voneinander trennten. Aber von ihrem Stand aus hatte Harry, Drake und Narcissa alles im Blick. Sie konnten auch alles hören. Nachdem all seine Anhänger mit Ausnahme von Severus vor Ort versammelt waren, fing Voldemort mit einer seiner großen Reden an. Er fing an mit Erläuterung zu seinen Plänen mit den Dementoren und den Slyzawins, ging aber schnell zu seiner Standardrede, Harry Potter muss vernichtet werden, über, während er auf Severus Rückkehr wartete. Er war nicht sonderlich glücklich darüber, dass Harry kürzlich seine Pläne durchkreuzt hatte. Harry rollte mit seinen Schultern, versuchte etwas von der Anspannung abzuschütteln und zitterte wegen der Anwesenheit der Dementoren. Kann er nie aufhören, über mich zu reden? Mordte er sarkastisch. Bezüglich deiner Person hat er eine ziemlich ungesunde Besessenheit entwickelt, stimmte Narcissa trocken zu. Riesige Schlange, erinnerte sie Draco durch zusammengebissene Zähne, und sein Ton machte es deutlich, dass er es verrückt fand, wie sie ihre Diskussion in diesem Moment führen konnten. Sie kommt, sagte Harry. Er mag Voldemort zugehört und dessen Rede kommentiert haben, aber er hatte seinen Blick nie von Nagini abgewandt. Die riesige Schlange schlängelte sich näher. Ihr großer Kopf schwankte von einer Seite zur anderen und wirkte verwirrt. Harry griff das Heft des Schwertes fester. Das war der letzte. Der letzte Hochrux. Die verdammte Schlange war groß, kam aber nicht annähernd an den Basilisken dran. Das konnte er schaffen. Er stand angespannt da, wartete. Alles, was Hermine über Schlangen recherchiert hatte, ging ihm wie kleine Gedankenblitze durch den Kopf. Der Schädel von Schlangen ist nur leicht am Körper befestigt. Halte dich ans Gehirn. Augen, Rückseite des Schädels, durch den Kiefer. Das Gehirn muss zerstört werden. Nagini war keine fünf Meter weiter weg, als Severus wieder mit einem Haufen erschrockener Schüler im Schlepptau erschien. Harry blickte kurz zu ihnen und er fragte sich, wie viel von den Auroren gespielt war. Es war sicherlich kein angenehmes Gefühl, mitten in einer Gruppe Todesser zu fallen, insbesondere in Körpern, an die sie sich nur in einem kurzen Training gewöhnen konnten. Lucius hüpfte auf den Boden und transformierte sich unter dem Umhang. Es war äußerst eng, aber es würde nicht für lange sein. Harry spürte eher, als dass er sah, dass Draco seinen Stab in Anschlag brachte. »Töte sie«, schnarrte Draco. Harrys Augen fixierten die Schlange, die noch näher gekommen war. Es war ihm egal, dass sie sie in einen Hinterhalt gelockt hatten. Nagini würde keine Chance haben, aber es musste getan sein, bevor Voldemort anfangen konnte. »Jetzt«, zischte er. Es kam in Pasel, aber Draco hob die Falten des Umhangs und feuerte einen Stupor ab. Sofort richtete sich die Aufmerksamkeit in ihre Richtung, als Harry aus den Falten des Umhangs hervorkam. »Harry Potter«, zischte Voldemort und hielt eine Hand hoch, um seine plötzlichen, ungeduldigen Anhänger zurückzuhalten. Harry hob das Schwert von Gryffindor mit beiden Händen und zeigte nach unten, als Narzissa und Lucius die Umhänge abwarfen und er sie an seine Seite fühlte. »Narzissa? Lucius?« Voldemort funkelte sie in zornigem Unglauben an. »Die Malfoys stehen auf Harry Potters Seite«, deklarierte Lucius förmlich. Das Überraschungselement glückte, und sie konnten den Moment des Schocks nutzen. Mit dem Schwert, welches über Naginis betäubtem Schädel hing, blickte Harry zu Voldemort auf. In diesem surrealen Moment erschien nicht nur Nagini betäubt. Voldemort stand stocksteif da. Die Todesser waren in ihren Unruhigungen Bewegungen erstarrt. Die Auroren, getarnt als Schüler, waren auf dem Sprung. Lucius und Narzissa standen angespannt jeweils einen Meter weiter weg von ihm. Auf der anderen Seite von Voldemort wusste Harry, dass Severus sich bereit machte, einen Anti-Aparier-Fluch über Voldemort zu legen. Als sie ihre Pläne machten, fragte Harry, ob es der gleiche Fluch war, welchen Dumbledore angewandt hatte, um die Todesser im Ministerium zu halten. Severus erklärte ihm mit einem irren Glimmen in seinen Augen, dass der Fluch, den er einzusetzen gedachte, gegen den dunklen Lord sehr viel effektiver sein würde. Und hier würden alle Fäden ihrer Planung zusammenlaufen. Die Ordensmitglieder würden auf das Startsignal warten, um zum Kämpfen in die Lichtung zu strömen. Die neutralen Slytherins und die Mitglieder der D.A. würden bereit sein, ihre Patronie aufzurufen. Harry zweifelte nicht daran, dass Voldemort die Dementoren zum Kampf herbeirufen würde, sobald er seinen schwachen Stand erkennen würde. Voldemorts Blick fiel auf das Schwert. Harry grinste böse. Sorry, Tom, keine Zeit zum Quatschen. Er wollte diese Gelegenheit nicht riskieren, indem er sich mit Voldemort auf ein Wortgefecht einließ. Er ist ein Wunscher.